Arne Litz, eine Minute, bitte sehr. Dabei sind laut einer Umfrage der vergangenen Woche über 80 Prozent der Deutschen für eine höhere finanzielle Unterstützung der Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen. Es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite des Mittelmeeres verunglückte Flüchtlinge betrauern und auf der anderen Seite des Mittelmeeres aber zu wenig tun, um die Lebenssituation in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Mittel- und langfristig sollten wir das Ziel anstreben, dass die reichsten Länder der Erde, zu den vielen europäischen Ländern auch dazugehören, 1 Prozent ihres Bruttosozialproduktes für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Vor dem Hintergrund des Europäischen Jahres der Entwicklung sollten die Mitgliedstaaten endlich ihre Verpflichtung erfüllen, zumindest die 0,7 Prozent auch zu erfüllen. Herzlichen Dank.